Und gegen diese Worte lagen, das ist ein Fehlerlager. Warum rube dieser Lesbe trotzdem noch aus? Ich setze, aber mit Freitjahr-Pinner. Du, die Topplereis, die sind aber auch ständig unterwegs. Ja, aber das ist doch auch gut so. Die bleiben wie nicht herrliche Örste, Herr Buger. Ja, aber ich habe gehört, neulich, da waren wir auf L.P.H. in Volker. Und da sind die mit einem weniger Hemd als hin. Ja, aber ich denke, das war so geplant, oder? Der Ende von der Weile, Frau Volker, ist früh in die Fahrt. Und ich würde euch, und ich würde die Technik-Fahrer, ja wohl, nach Karl-Gew-Lein auf dem Rathaus-Turm. Vom Rathaus-Turm ist er dann mit dem Ebenhäusern der Spielmannssuch zurückgegangen. Schauen Sie, Karl-Gew-Lein. Und noch, der hat sogar als immer und eurer Einzelnen mit dem Haugen und Ohren abgesagt. Und noch mal zittert.